Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Wir warten auf dich, sagt der Prophet Jesaja, Kapitel 26, Vers 8. In dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10, heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und es wird uns leicht werden, ihr Lieben, weil wir einen liebenden Gott haben. Darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Samstag, 16. Oktober 2021 nicht und auch sonst nicht. Es wird uns leicht werden, ganz in der Nähe Gottes und von Jesus zu sein.